Ihr iPhone bietet Ihnen bequeme Anbindung an die digitale Welt. Sie bleiben in Verbindung mit Familie, Freunden, der ganzen Welt, wo immer Sie auch sind. Warum nicht Ihre digitale Welt in Ihr Fahrzeug integrieren? Apple CarPlay ist eine komfortable Möglichkeit, ausgewählte Apps Ihres kompatiblen iPhones in Ihrem Fahrzeug zu nutzen. Zur Verwendung von Apple CarPlay müssen Sie in den Konnektivität-Bildschirm wechseln. Drücken Sie dafür die Apps-Taste. Verbinden Sie nun Ihr iPhone über das von Apple mitgelieferte USB-Kabel mit dem entsprechenden USB-Anschluss. Nachdem Sie das Gerät verbunden haben, tippen Sie im Konnektivität-Bildschirm auf das Apple CarPlay-Symbol. Beachten Sie bei erstmaliger Anwendung die Systemaufforderungen auf Ihrem iPhone, um fortzufahren. Apple CarPlay ermöglicht die Verwendung ausgewählter Apps Ihres iPhones über das Infotainment-System, um Musik abzuspielen, Telefonate zu führen, Nachrichten zu senden, sich zu einem Zielort navigieren zu lassen und vieles mehr. Um Siri zu verwenden, halten Sie die Lenkradtaste für Sprachsteuerung gedrückt, bis Sie die Aufforderung zu einem Sprachbefehl hören. Sie können jederzeit zu den anderen Infotainment-Bildschirmansichten wechseln. Drücken Sie hierfür einfach eine Taste unter dem Display. Um zu Apple CarPlay zurückzukehren, drücken Sie die Telefon-Taste. Wussten Sie, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, um auf Ihre Infotainment-Funktionen zuzugreifen? Tippen Sie einfach mit drei Fingern auf den Touchscreen und wählen Sie eines der verfügbaren Symbole.